Hallo, hier, da sind wir bei ... ähm ... Ja, Monster Hunter Eisbärner. Hüff, da ist ein Flieger. Jetzt probieren wir es mal in mir spielen. Ah, okay. Ah, bleibt, bleibt. Hätte ich jetzt eigentlich nicht machen. Scheiße, ja. Wie habe ich gesagt? Ja, das ist doch egal. Heidelohren ist doch egal. Und ich habe Heidelohren gesagt. Okay, gar nicht, lassen wir auch. Ja, die Flieger regt mich aus. Und das wäre jetzt eigentlich unethisch gewesen. Jetzt gucken wir mal, vielleicht ist noch jemand da, wo das ... Rona zockelt, rockelt, bockelt. Und, äh, da ist es, Experten von Sigrets. Halt. Ähm ... Wieso kann ich denn jetzt ein Lager raus? Moment, wo bin ich denn jetzt? Doch da, ne? Ne, das da ist es, oder? Ja. Ja. Mal gucken, ob was da ist. Wenn nicht. Wenn mittlerweile ist es schon eine Weile los, das ... Ah, scheiße, äh. Und was haben wir jetzt zwei Ausrüstungen? Ah, ich schütze mal nicht. Wir lassen das einfach. Wer? Wer ist denn das? Wir bleiben da dabei. Okay, warte auf Mitglieder. Äh, na. Morrigan. Ach so, das ist so eine, das ist so eine Idee. Okay, dann müssen wir ein bisschen ausstrengen jetzt, ne? Nicht so wie vorhin. Also, da darf man da ... Vor allen Dingen, ich werde Kupphörer abziehen. Ja. Weil ... Das konnte ich gepappelt so von derer jetzt nicht so vertragen. Das hör ich mir eigentlich den ... Wir haben Augenzeugenberichte erhalten, dass unser Ziel hier unterwegs ist. Einen T-Rex zu jagen wird nicht leicht. Das ist ein kampflustiges Monster mit wildem Gebrüll. Die Kommission möchte, dass du das Ziel aufspürst und innerhalb der vorgegebenen Zeit erjagst. Der Juni schon mal, oder? Ist der schon unterwegs? Das ist ein Zwischen unterwegs. Und das ist halt. Unser Team hat das Ziel bereits angegriffen. Leg ein Zahn zu. Wir können sie mit den Spähkäfern finden. Ach, scheiße, ich ... Die sind da unten. Wo geht's denn raus jetzt? Hier, hallo? Wir sind jetzt mein Mann, oder? Da müssen die solche ... Ich bin ich dumm ins falsche Lager, die haben wir neu gelegen. Ich bin in die falsche Richtung. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Und ich bin da unten. Unser Team verliert Gesundheit. Bücke dem mit Lebenspulver entgegen. 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 Was ist das denn? Wurde ich da hinweg? Ist ihm wieder was, Esel? Äh... Äh... Da kann ich nicht wirklich langsamer. Dicke röd werden, wie schneller wird hier. Und dann wird fast... ...dass ich hier und alles wieder befreien. Wow. Wir sind in der Pflicht, Freunde, aus dem fernen Lande. Ob machen wir so Elemente in Ladung? So rar oder so. Weg, weg, weg. Geht aber doch hoch. Die müssen schlagen. Die müssen schlagen. Die müssen schlagen. Oh, oh. Oh, oh. Aber wir haben noch mehr dran gegen Schuhe. Wache Fisch? Oh, oh. Oh, das ist aber kritisch, ja. Wollen wir jetzt halt kritisch. Schubfalle. Wow. Der ist schon wieder auf der Schubfalle raus. Oh, oh. 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 Was? Ich schaue aber doch mit mir nicht zu voll, deswegen. Okay, da ist aber abruflich. Das ist aber auch schlimm. OH! Du Scheiße! Was ist los? Komm, komm! Ich sehe nichts! Er ist verwundet, scheinbar. Habe ich das jetzt nicht genommen oder ist der Booster noch klar? Das holen wir hinten. Das quäntchen. Und schon wieder ist er, ja. Wow, haben sie das geändert oder was? Das geht jetzt dauernd kaum noch. Wir haben noch, haben noch Zeit. Zeit hätte man noch. Ist er da? Da ist er nur noch? Nee, da ist er nur noch. Nee. Nichts ist leicht. Ich nehme mal eine Fassbombe, oder? Oder Olaid, oder? Ja. Ich stehe einfach mal zwei Fassbombe. Da kann ich noch Marsch mitmachen. Ich bin nicht mehr. 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 Ah! Hash-Uf! Danke für die Hilfe! Wunderbar! Wow! Der hat mich nicht verpasst! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was ist denn das an der Schleuder mit? Die sind die E-Shift an mir! Was liegt drauf? Die Steckenkanzen ist eine mächtige Schleudermunition, wie selbst schlacht die Monsterpanzerung durch dahin kann. Wie geht die? Die Waffe auspackst! Scheiße, du kannst nur eins schlafen, du... Ja, ich hab's nicht so gut gefällt, ey! Woa! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Geh auf den Weg. Geh auf den Weg. Geh auf den Weg. Geh auf den Weg. Scheiße, du bleib doch am... Geh auf den Weg. 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 der haut ab der hund habe ich noch irgendetwas wo ich mich bar verkennt was ist ich habe jetzt allerdings nichts mehr freunde sitzen bombe ok du hast die fest abgeschlossen ok man haben das macht nix kommt dann nehmen wir das so knurrenhaufen Warte mal, warte mal, wir gehen mal zum T-Rex. Ich weiß ja nicht, ob wir da jetzt... Okay, fertig, aus, komm scheiß hoch. Aber wir haben es geschafft, in der Gruppe haben wir gut einmal halber ohnmächtig, oder wie das auch immer jetzt, das Ohnmächtige auf jeden Fall. Und 15,33. Waren wir jetzt... Waren wir jetzt nur zu dritt? Oder habe ich da jetzt gespielt, ne? Hallo, diese Wursten. Gibt es T-Rex, T-Rex Jagd Lob Paket? Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal, ich mache mal einen Screenshot. Weil das habe ich, das ist aber nicht der T-Rex. Und dann mache ich ihn.